Hi Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Willkommen zu meinem Twitter-Video-Spezial. Ich dachte, ich mache mal heute mal ein Twitter-Video. Und ich habe nun endlich Twitter. Das wollte ich euch nur mal sagen. Es wurde auch mal Zeit, dass ich endlich wieder Twitter habe. Damit ihr mal vielleicht auf dem neuesten Stand ist, wann ein Video hochkommt. Das seid ihr einfach gut informiert. Und Facebook ist ja nicht so mein Ding. Ich bleibe lieber bei Twitter. Und jetzt wackele ich wieder so komisch. Ich habe zu viele Drogen genommen. So viele Süßigkeiten. Ja, da zum Beispiel sieht man meine Biografie. Moin, meine PS3er. Die ist YouTube Gamescom. Und mein YouTube-Kanal ist der junge Zocker. Wir sehen uns. Hau rein. Standort ist unbekannt. Ich habe ein Tweet bisher abgesendet. Das war das Moin. Und das ist mein Twitter-Name. Da findet man mich. JT Gamescom. Leider war YouTube Gamescom schon verfügbar. Weil, ja, andere Geschichte. Damit könnt ihr mich gerne followern, wenn ihr wollt. Wenn ihr Twitter habt, könnt ihr schnell Twitter erstellen. Ist ja relativ easy, muss ich sagen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Hau rein, Digga. Wir sehen uns. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wer ich überhaupt bin. Wie ich überhaupt aussehe. Ich weiß. Blass. Hässlich. Das passt. Super. Ciao. So. Bis dann.